hallo ihr lieben und einen wunderschönen samstagabend mit foundation ja was soll ich sagen oder ganz kurz am mikro noch ein bisschen was drehen so jetzt so was soll ich sagen er ist auferstanden der jeffrey er ist wieder da mit einem kleinen aber feinen repörtchen und den lesen wir uns jetzt mal durch in der zeit könnt ihr nämlich da hinten mein neues lager aufbauen und ansonsten haben wir nicht die ganze zeit die meldung von wegen weg blockiert und das wollen wir ja nicht ne also gut so foundation folge 0 27 da hast du dich ja die letzten wochen ordentlich ausgetobt gelle sieht ja klasse aus das dorf aber für den wiedereinstieg bräuchte ich glaube ich eine aktuelle dorfführung ich weiß zum beispiel gar nicht wo ich im moment wohne und wie meiner und dietas bauhof aussieht und wo er ist und da die taverne noch nicht besetzt ist finde ich meinen geschäftspartner zurzeit im dorf auch nicht super heftiger grinser breit so bevor wir das machen muss ich jetzt mal ganz kurz hier ein bisschen was rödeln machen wir die geschwindigkeit ein bisschen runter und zwar werden wir jetzt hier das einfach um schlichten da haben gesagt kommen die wildschweine rein da haben wir gesagt kommen die bärchen rein da haben wir gesagt kommt hat bärenbräu rein wo ist apfel bärenbräu so dann muss ich mal ganz kurz gucken zack zack da sind ja die zwei da drin und wir werden das mal auf lager lernen so das sollte klappen und ich werde erst mal einen rüber backen und zwar die manzia wo ist denn manzia wo ist die manzia manzia da ist sie doch so ja damit das auch reibungslos hier von statten geht und dann hoffe ich mal dass die das hier raus bekommen da aber ich sage mal die haben sie auch rein bekommen warum sollten die das jetzt nicht raus bekommen das ist halt immer so eine sache hier mit dem medicins na ich hätte auch nicht gedacht dass jeder weg zu schmal ist naja pass mal auf soll ich höhe mal kurz die zeit behalten wir das mal ganz kurz im auge ob das klappt oder nicht bis jetzt noch nicht na gut dann macht was ganz anders ich kann das jetzt so weit im auge behalten ist ja kein ding automatisch speichern also gut machen wir mal eine kleine dorfführung für unseren jeffrey hier drüben hat sich mehr oder weniger nichts verändert wir haben hier oben das holz lager dass uns mit schönem saftigen holz versorgt so dann habe ich hier drüben haben wir quasi das sägewerk mit ein bisschen lagermöglichkeiten ist aber auch noch nicht so das gelbe vom ei so was haben wir noch dann haben wir hier oben die mühle die aber das sind alles so dinge die müsstest du eigentlich mitbekommen haben dann die weberei die puls sind haben die produktion umgestellt auf taschentücher und wir haben natürlich unsere kleine schaffarm hier drüben um eiern so dann kommen wir eigentlich schon hier zu dem teil das ist ein god design revier stein produktion und hier ist noch mal lager und das hier ist euer kleiner bauhof hier seid ihr zu hause der dieter und du wer sind da gerade drin wenn haben wir denn überhaupt hier drin ja genau ihr zwei seiter mit einem lehrling quasi am rödeln so dann haben wir ja die schneiderei ist klar die kennst du auch noch da hat sich nicht viel geändert wir haben den markt den was nicht denn den habe ich noch ein ausgebaut wir haben dann hier drüben noch so eine kleine anlegestelle hingeplatziert das kennst du ja schon dann haben wir hier drüben türmchen hier noch ein bisschen deko dann haben wir hier die kirche hier haben wir den friedhof da werden auch nur die ganz kleinen beigesetzt ja ist leider so so dann habe ich hier drüben noch ein bisschen rum gedödelt hier haben wir quasi noch mal so einen kleinen kleinen jagen schlossgarten ist jetzt übertrieben aber so einen kleinen und so kleine gartenanlage für das bürgerhaus und finden für die vogterei dann geht sie auch schon rüber hier haben wir dann noch zwei marktstände die bärenfarm ist auch noch da wo sie hingehört sondern kommen wir hier rüber die taverne im spessart dann habe ich hier eine kleine apfelplantage hingesetzt damit wir noch ein bisschen apfel verkaufen können hier hinten aber dann quasi alles was rund ums eisen geht und ebenfalls hier dann noch die eisengewinnung so und dann kommen wir hier drüben hin zur schmerz schmerzschmiede zur schwertschmiede und hier quasi dann das militär warum geht der da warum bist jetzt du hier runter gelatscht mein freund na das militär hier oben hatte ich dann so eine kleine aussichtsplattform gemacht weil hier soll ja dann später mal die erste burg entstehen so jetzt kommen wir mal hier rührt sich nichts gar nichts überhaupt nichts die tragen mir hier drüben nichts hin ja das ist auf jeden fall mittlerweile so der stand der dinge also nichts aufregendes was haben wir hier eisenerz wie viel haben wir denn ach ja komm machen wir doch mal ausnahmsweise ausnahmsweise so und dann haben wir hier nur auf die bären das machen wir auf jeden fall so und jetzt muss ich mir aber echt überlegen was ich hier mache wir haben 110 käse eingekauft und 89 wildschweine die möchte ich jetzt nicht unbedingt aber das hat sich doch schon geleert ist nur die frage okay wenn ihr das erstmal woanders hin schleppen soll es mir auch recht sein aber wohin wohin soll erstmal den käse gucken und lassen wir die wildschweine gucken so da haben wir doch eigentlich nur die möglichkeit hier okay muss ich jetzt warten bis die da den den käse verbraucht haben das ist doch das ist doch das ist doch voll voll quatsch das ist vollkommener quatsch geldtechnisch kommt es tut mir leid aber das wird nichts das wird nichts ne wird doch nichts naja es herrschte halt ein großes feuer keiner hat damit gerechnet und ja leider ist der käse und die wildschweine in rauch aufgegangen so jetzt bin ich gespannt jetzt bin ich gespannt dann müsste jetzt hier dann sollte sich das jetzt aber mit dem weg blockiert irgendwie erledigt haben habe ich mal die hoffnung schauen wir mal ob da jetzt eingelagert wird bärenüberschuss das ist gut wenn man den jahrmarkt da mal ja guck mal das schaut doch schon mal das schaut doch schon mal ganz gut aus ja guck mal 47 bärenbräu haben sie reingekriegt und er holt sich gleich zwei stück raus läuft wildschwein ist angeliefert worden ja kostet jetzt ein bisschen geld aber gut es ist wie es ist so lesen wir mal weiter ne aber schön zu sehen dass die ganze ganzen tipps früchte getragen haben denn für die position des krans so dass der etwas über das wasser hängt bzw ragt hast du aber tief in der tipps und tricks kiste gekramt du kannst einen nie einen nicht stolzer machen respekt mein bester so nach ein paar jahren foundation sollte man auch ein bisschen bisschen die trick kiste greifen können so foundation folge 28 du hattest ja selber bei dem lager mit dem rundgebäude bemerkt dass du ein paar lagerplätze auf lager leeren stehen hast aber ich glaube dass du das nicht wieder geändert hast oder doch mal welches rundgebäude rundgebäude du mal als das hier das da schauen wir mal hier passt alles schauen wir mal hier da haben wir ja weil ich ich habe hier nichts großartiges zum rein machen das habe ich dann auf die produktionsstätten umge umgeswitcht aber im moment läuft da jetzt nicht nichts großartiges rein ich wüsste auch nicht was wir da jetzt reinpacken sollten aber das heben wir uns dann halt mal auf wenn wir wenn wir wieder ein bisschen mehr handel treiben so hallo so jetzt so ich weiß nicht wie es den anderen zuschauern ging aber ich hatte die ganze zeit immer mal eine gute sekunde standbild beziehungsweise ruckler in dieser folge vielleicht ist das auch auf deine tonaussetzer zurückzuführen gewesen hatte auch meine internetverbindung geprüft aber einer übertragungsrate von knapp 900 mbit pro sekunde kann die das eigentlich nicht gewesen sein nein also das war auch nicht dein internet sondern ich hatte unbeabsichtigterweise bei der aufnahme im hintergrund bei steam noch ein spiel runtergeladen und ja das hat anscheinend ein bisschen die performance beeinflusst so habe ich da irgendwann mal etwas verpasst kopfkratz die trainingspuppen fürs militär waren doch immer im wehrturm enthalten oder nicht waren sie aber laut brigitte sind die jetzt mittlerweile im feldlager wird darauf klickt aber ich komme hier im befestigten wehrturm wieder raus und hier sind keine puppen weil hier kann ich nur draufklicken dann habe ich hier 13 soldaten zugewiesen aber wenn dann mal nebengebäude jungen stopp übungsgelände gestattet die ausbildung und haltung von sodaten da echt jetzt auch guck guck mal einer hin so dann packen wir uns doch mal hier mal eine ganze batterie hin dann können wir dann schön ein bisschen üben zack 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 so und dann machen wir es hier so rum so zack 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 so das gibt es hier noch raum okay aber das haben sie jetzt ein bisschen das haben sie ein bisschen körpernäckig gemacht oder das ist ja noch irgendwas was ich verpasst habe wehrturm baracken schatzkammer nebengebäude ohne funktion große halle ok ja dann wieder ein punkt schlauer das haben die irgendwann geändert oder fröhlicher jahrmarkt abgeschlossen das passt hier sind wir wieder komplett schön bestückt das läuft sehr schön so die taverne sieht echt klasse aus klasse und gemütlich aus das muss ja mal gesagt werden daumen hoch danke dir für das foundation wochenende ich wünsche allen ein schönes wochenende euer jeff jeff das wünsche ich dir auch und ich freue mich wirklich dass du wieder da bist weil ich habe ja schon in der e mail an dich geschrieben ich habe echt eine nörgelei vermisst aber jetzt bist du ja wieder da jetzt können wir uns ja wieder wieder nörgeligerweise die wochenenden vergnügen so ok 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 was will der da geschliffene steine überschuss gegen bier natürlich klar machen wir doch immer das machen wir doch eben war so bier halten sehr schön ein träumchen ein träumelchen so das das läuft ja jetzt das passt also wir müssen jetzt nur mal gucken dass man die taverne hier ein bisschen irgendwie noch ein bisschen so ein bisschen ein bisschen ja guck mal machen wir doch hier einfach mal eine ecke rum dann sollte da ruhe sein so und dann hier einfach rein so super statt und von hier machen was bis hier und dann hier unten durch ja nun können wir es mir hier auch abdichten hallo das passt außen bestuhlung gibt es keine hier leider durch den schrumpfbock immer noch buggi und deswegen machen wir das erst gar nicht okay wir haben jetzt allerdings noch eine baustelle und zwar ist das eigentlich müssten wir schauen dass wir noch ein bisschen mehr stein fördern dazu würde ich mal ganz gerne die frau sonnenschein los schicken für für das hier das das wäre ganz passend weil immer gehört uns das oder ja das gehört uns das ist schon mal gut und dann würde ich sagen mandatelos gucken wir mal wo das ist das ist die falsche seite vom dorf da sind wir schon in die richtige richtung das haben wir schon oder da das sind die ganzen dinge die ich gesetzt habe das brauchen wir nicht das auch nicht auch nicht immer noch nicht aber ich meine wir haben ja genug na so ist ja nicht so ist es ja nicht hier sind wir noch falsch da sind wir falsch jetzt kommen wir der sache schon näher ich hätte aber ganz gerne die anderen drei da das lassen wir uns mal angucken so da kann sie mal spionieren gehen und ich werde mal hier mal einen schluck kaffee trinken das muss sein okay wir haben hier noch hier so eine riesige fläche irgendwie haben wir hier noch riesig platz ich muss sowieso mal gucken wie es mit unserem hausbestand ausschaut der wird nämlich knapp der wird knapp ich da würde ich fast vorschlagen dass wir uns hier noch eine schöne kleine kleine gemeinde aufbauen das macht glaube ich sinn das macht sinn kommen machen wir uns mal hier ein bisschen kleines schönes plätzchen so und da machen wir aber runter stein und wir werden uns aber die terrassen nehmen und zwar die größte die sie haben und da kann man nämlich mal anfangen hier ein bisschen zu platzieren am besten hier oben ne da kommen wir in kollision also machen wir es eher hier so hier so ja ich weiß du bist schon zu weit weg dann machen wir es hier so mal so ganz wilde geschichte pass mal auf machen wir mal hier eine ganz wilde geschichte was ist denn los so 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 vielleicht und dann hier unten neben hier noch vielleicht so hin ich bin ja wieder zu weit weg ne dann machen wir erstmal hier hin und dann machen wir es hier hin so dann kommst du wieder weg du kommst nach oben so du brauchst noch einen Tacken so das noch ein bisschen nach oben das taugt bin immer gespannt ich habe noch kein Bild im Kopf also ich weiß noch nicht wie ich wie aber ist ja nichts neues ne das ist ja nichts neues so und dann kann ich nämlich hier gleich die Aladin Lampe nehmen weil wir uns natürlich die hier die Bäume entfernen so du auch bauen und dann haben wir eigentlich schon hier ne ja genau haben wir hier so und jetzt will ich aber ganz gerne hier äh die Gottesdienst die hier nehmen so Nebengebäude wir machen Leibeigene mit einer hohen Dichte und zwar machen wir Holz oder machen wir Stein dadurch dass wir jetzt hier Stein haben würde ich eher sagen Stein ne hm na hätte ich jetzt gesagt ne dann kann man das nämlich hier so rein dödeln so 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 vielleicht so das ist schon mal gut und dann nehmen wir hier das Haus und setzen uns das mehr oder weniger dann hier so hin vielleicht obwohl warte mal ich muss ja warte mal warte mal warte mal wir haben zwei Türen ja dann passt es ja eigentlich ne so und die würde ich nicht nehmen nee halt stopp die weiß ich nicht obwohl es ging schon wie schaut das aus wenn man das so macht wie schaut das aus kann man gucken ne ich würde sagen kann man gucken so und dann brauche ich hier vorne noch eins da nehmen wir ab ne lassen wir lieber in einem in einem Ding so ne so ja oh das war jetzt aber kein Stein ne das war kein Stein das ist nicht fein das ist nicht fein aber kann ich hier nur so eins nehmen das ist ja bloß eine Türen dann stellen wir uns das doch hier so hin so dann haben wir hier doch mal eine schnuckelige kleine Siedlung stehen und die kann man doch garantiert hier nur noch ein bisschen aufpimpen ne oder geht auch bestimmt klar klar geht es die nicht da können wir so hier der Besuch eines Minnesänger in eurer Dorf in euer Dorfzentrum hat einige eurer Dorfbewohner inspiriert und sie möchten aus diesem Anlass das Meisterwerk des üppigen Gartens bauen optionale Bonus-Effekt die Prunk die Prunk dieses Gebäudes ist um 200% erhöht Bedingungen für Bonus-Effekt keine oh das ist doch schön das ist aber schön das ist doch mal was Schönes so ich war aber hier am rödeln ne hier war ich noch am rödeln zack so geht hier auch noch was? ne das war's das war's oder ne hier kommt noch ein hin was sagt meine Stimme schon wieder hallo so was geht Fenster weiß ich nicht doch guck mal wir können dem ganzen noch ein bisschen Scham verleihen da ist doch fein warte mal das ist hier drüben ne ja das war da drüben dann haben wir noch die kleinen Fenster aber ich sehe jetzt hier keine Snap-Punkte ich glaub das war's schon ja dann war's das war's dann lassen wir den ganzen Bums hier mal bauen so ja das passt doch gut hier hin das passt doch ganz gut hier hin ja so ah Übungspoppen na also läuft doch warum sie jetzt wieder keine Schwerter nehmen weil die will ja kein Mensch ne das weiß wieder kein Mensch warum die keine Schwerter nehmen dabei haben die so schöne Schwerter haben die ja nicht alle Schwerter jetzt mittlerweile ja ne warte mal das muss ja woanders schauen das muss ich ja hier gucken zack Soldaten ja sind alle mit Schwertern ausgerüstet teilweise ausgebildet unausgebildet teilweise ausgebildet unausgebildet keine Ahnung warum die keine Schwerter nehmen irgendwann nehmen sie sie ja dann vielleicht ist das vielleicht ist das ja die Grundausbildung ja zuerst mal mit mit Faust Faustrecht durchsetzen ja aber zumindest tut sie was das ist doch schon schön Rücken an Rücken das ist doch fein gut ach ja guck das wollte ich doch schnell machen hier damit er hier nicht äh durch die Häcke abhaut äh ba 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 da 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 setzen wir ihm nämlich hier einfach mal machen wir ihm mal einen Strich durch die Richtung ne plölle 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 so damit dürfte sich das erledigt haben ja aber die Treppe nehmen sie jetzt schön das ist alles super super duper super duper das passt gut wie schaut's aus ja es dauert das dauert okay kann ich die Frau Sonnenschein nochmal losschicken geht das ich glaube ja ich glaube ja wo war das ich glaube hier so ne ja zack so das ist doch schön das ist doch schön da warten wir jetzt mal ein bisschen bis die das Haus da gebaut haben das dauert jetzt ein bisschen so mal gucken ob ich da wirklich so eine gute Idee gehabt habe aber ich fand den Kontrast jetzt mal ein bisschen schön mit den Strohdächern mir würde es noch gefallen wenn er die Mod so gestaltet hätte dass man verschiedene Dächer auswählen kann vielleicht habe ich auch wieder was übersehen ich weiß es nicht ich glaube ich glaube nicht Holz für die Dorfältesten was machen die mit dem ganzen Holz weiß man nicht das weiß man nicht aber es passt sich ganz gut ein finde ich wenn man mal so guckt ja das hat jetzt ein bisschen Kontrast aber den finde ich gar nicht mehr so schlecht den Kontrast das passt ok gut dann gibt es noch ein bisschen News für also ich bin Bombenmetall am testen also ich habe ja ich überlege gerade noch ich überlege gerade noch ob ich das spielen werde oder nicht verrate ich da schon was ne lasst euch überraschen lasst euch überraschen und dann bin ich momentan überlegen ob ich mal auf meine alten Tage mir nicht dann doch ja zu Weihnachten selber ein Geschenk mache ne und mir die Quest 3 hole na so ein bisschen Virtual Reality im Alter ne man wird ja auch nie jünger ne dann kommt man wenigstens mal mit der Brille wieder raus in fremde Welten na also da bin ich jetzt momentan noch ein bisschen am Grübeln und ja muss man mal gucken ne muss man mal gucken warte mal ich muss mal ganz kurz schauen schauen wir doch mal ganz kurz hier ach ja so ok gut Aufnahme passt keine Aussetzer nix also bei mir zumindest und dann solltet ihr irgendwelche Probleme haben dann meldet sie mir mhm gut Häusken sind gebaut das ist schon mal schön aber momentan passiert ja hier eigentlich noch weniger jetzt müssen wir bloß gucken dass man das hier einigermaßen logisch miteinander verknüpft ne das sollten wir vielleicht noch in Angriff nehmen kicken wir mal wir könnten ja hier auch hergehen können sagen wir machen hier noch ein bisschen so diesen hier gleich so so einmal ja das passt und hier jetzt kann man hier so machen damit es ein bisschen sinnvoller wird dann hier so 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 dann nutzen wir auch gleich mal hier den Weg den sie sich da selber gewählt haben und platzieren hier auch nochmal eine Treppe so hier runter würde ich gar keine machen wollen aber hier ja hier das muss sein so vielleicht ein bisschen so so das sollte reichen mach ich hier noch was hin ja komm ach komm haben wir doch haben wir doch so ja das ist alles ein bisschen miteinander logisch verbunden das passt sie brauchen auf jeden Fall auch noch einen Brunnen hier oben das ist die Frage wo packen wir uns den Brunnen hin das macht sie eigentlich da in der Ecke ne macht das eigentlich Sinn Bro wenn der da hinpasst der passt locker hin der passt da locker hin hier so machen wir es machen wir es so so einmal hier und dann gehen wir den zwei ist ja eigentlich wurscht ne können wir ja nicht machen können wir doch eigentlich machen Bro so hier ach schade ich hätte es jetzt fände es jetzt cool wenn er bis runter reichen würde aber das macht er nicht das macht er nicht warte mal aber wir können den doch trotzdem hier so platzieren und dann habe ich nämlich eine Idee Mono Momento so ja lassen wir den mal da bauen und wenn wir den gebaut haben dann gucken wir mal ob das so klappt was ich mir da überlegt habe das können wir dann gucken also gut ich kann es ja ja sagen also ich habe ich habe Crusader Kings 3 schon länger auf dem PC habe es immer mal wieder ein bisschen anprobiert und dann war es mir aber also ganz ehrlich ich habe richtig Ehrfurcht vor diesem Spiel gehabt weil es für mich weil mich hat es irgendwie ein bisschen so erschlagen mit den ganzen Möglichkeiten und und überhaupt aber mit dem neuen DLC Call to Power muss ich sagen bin ich da relativ flott einigermaßen zurecht gekommen damit und da bin ich immer belegen ob wir da nicht so ein kleines Let's Play draus machen ne und ja da bin ich gerade ein bisschen am tüfteln und und schaue mir das Ganze noch ein bisschen genauer an und dann schauen wir mal ne weil momentan haben wir ja Medieval Dynasty und ich habe Foundation und hätte noch ganz gerne noch ein drittes Spiel mit dabei und da wäre Crusader Kings momentan für die Wintervorbereitung natürlich genau das Richtige ne genau das Richtige es fragte auch jemand wie es ausschaut mit Transport Fever 2 da muss ich sagen ähm macht mir mein Rechner irgendwie einen Strich durch die Rechnung ne also so lange ich nur so Kleinigkeiten baue wie einen Bahnübergang oder ein bisschen ein paar Häuser hinstelle etc. und eine Bahn oder zwei fahren das ist okay ich habe da mal ein bisschen Stresstest Stresstests betrieben und habe quasi die mal fertige Maps geladen wo ziemlich viel drauf los ist und und Co und da war also das was ich eigentlich im Prinzip vorgehabt habe war relativ schnell der Ofen aus und es war eigentlich nur noch Geruckel ne und ich weiß nicht wenn ich sowas spiele dann möchte ich schon dass das irgendwie ein bisschen flüssig läuft ne und darum habe ich mir gedacht machen wir irgendwie noch ein drittes Spiel dazu weil ich muss allerdings auch ganz ehrlich gestehen also ich liebe Foundation immer noch es macht immer noch einen riesen Spaß aber bei mir ist momentan so ein bisschen ja ich möchte nicht sagen die Luft raus aber dadurch dass jetzt der Schrumpfback wieder zugeschlagen hat ne ist es natürlich oh Ravenport verbessert sehr schön was will er denn haben oh wir haben keine Bretter aber der will 100 Bretter haben 1000 Münzen dann machen wir doch lieber die 1000 Münzen oder lass mich den König um Hilfe ersuchen ne geben wir ihm halt die 1000 Münzen ne so also wie gesagt ich spiele es immer noch ganz gerne aber ich mache jetzt Foundation glaube ich wirklich über drei Jahre oder was ne und ich würde ganz gerne natürlich auch ein bisschen was anderes spielen und zeigen ne das kollidiert aber dann mit mit einer gewissen Mangel an Zeit der durch den Job halt bei mir gegeben ist und deswegen habe ich auch mit die Medieval Dynasty Folgen auf 30 Minuten gemacht ich würde auch die Crusader Kings Folgen dann auch auf 30 Minuten Minuten machen und Foundation dann am Wochenende jeweils eine Stunde das kriege ich noch auf die Reihe na so so viel dazu gut haben die mir jetzt meine Brunnen schon alle ja so und jetzt nehme ich mir nehme ich hier meine Stonegate wo ist sie what's Mauer da ne das waren die Häuser mit den vielen Funktionen ne die wollte ich jetzt gerade nicht haben mhm hier hier sind wir richtig so und dann ist eigentlich wurscht was wir nehmen wir nehmen aber Dark Grey wieder wir werden hier Treasury machen und mir geht es eigentlich nur darum dass ich hier eine logische Verknüpfung von den Brunnen herstellen kann und das ist am ehesten wenn man hier einen einen Big würde ich jetzt hier ne einen Big nehmen wir nicht nehmen wir lieber einen Small wir machen hier mal die Ding aus ah nein ich krieg's nicht nach unten warum au das geht aber die kann man halt nicht in der Höhe verstehen oh Spiel ey Spiel okay wir können aber bescheißen oder oder warte mal passt doch passt doch doch wunderbar so habe ich mir das gedacht ja so gut zack zack dann kriegen wir das nämlich schön dahin das ist doch in Ordnung so und jetzt würde ich aber hier aber auch nicht großartig viel machen wollen sondern wir werden ganz einfach ähm das Ganze ein bisschen mit mit Hecken einkleiden so und so bis hier hin und dann da hin und dann so und so so und so und so mhm ja Klammer Hoster hier so in der Richtung und da würden wir ganz einfach hergehen und sagen okay komm das machen wir hier dann auch so so und dann das Ganze bis hier vorne hin hier lassen wir wieder auf dann machen wir das hier so weiter dann hier so bis hier und halt wo ist da die Treppe nicht dass ich da was Falsches mache tack naja der schaut doch schon mal schaut doch mal schon gar nicht übel aus so und dann gehen wir hier und machen das dann hier so hin einmal hier können wir auch dicht machen so und so und so und da so hin da können wir bis ganz hinten hingehen mhm ja das passt doch ganz gut dazu das passt doch schon mal ganz gut dazu okay bauen die mir jetzt da was oder 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 macht er das nicht weil ich kein Haus vorher irgendwie gemacht habe oder lass mal gucken im Bau doch da müsste er dran sein schauen wir mal ob da was passiert anklicken kann ich nicht oder ne ne kann ich nicht müssen wir abwarten da müssen wir abwarten so jetzt würde ich sagen können wir allerdings aber auch noch her gehen können uns hier einen Allmacher aufrufen Soldaten dann machen wir mal guck mal guck mal extrem weit weit Kaufleute eskortieren einfach Mittel ich würde sagen wir nehmen mal Mittel oder klüsterliche Eskorte komm das machen wir Truppen bereit machen wir schicken los was geht voll ausgebildet weitgehend ich würde die teilweise würde ich noch da lassen voll ausgebildet teilweise voll 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 da da den nicht dich und dich so die werden sich jetzt wieder am Dorfzentrum treffen und dann losmarschieren da sind sie doch schon oder ja sie sammeln sich und dann geht es im Entenmarsch geht es dann los so was willst du Stoffüberschuss gegen Bier mein Gott wir schwimmen Bier Habe ich überhaupt Stoff 300 ja komm können wir uns erlauben können wir uns erlauben dafür gibt es wieder 100 Bier das ist doch schon mal was gut schön 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 das macht mir ein bisschen Kopf zerbrechen weil da passiert nichts kann ich das eigentlich auch hier machen oder geht das oder schaut das Tuch aus müsste gehen oder ja geht das geht das geht schon mal ganz gut wenn ich einmal damit angefangen habe dann können wir eigentlich hier das doch schön hinkriegen so und dadurch dass wir jetzt hier kein großes Grün Grün haben finde ich das gar nicht mal so schlecht dann machen wir das hier noch hin so so hier ist noch voll so na schaut ein bisschen wilder aus dann schaut ein bisschen wilder aus aber ist okay ist okay das snappt hier blöd könnte klappen könnte klappen so so meint das durchgehend ein berühmter Baumeister mit Liebe und Hingabe und viel Geduld habt ihr die Wildnis in ein lebendiges Dorf verwandelt euer Name wird den Menschen nach vier Generationen Erinnerung bleiben erreicht einen Wohlstand von 500 da guck hin was müssen wir alles können du musst hier wieder weg so jetzt jetzt passt das jetzt passt das und dann können wir hier noch ein bisschen schischi machen sprich wir werden uns mal hier die Nature Decorations anschauen was wir da so schönes haben können wir auch hier eigentlich müssen wir ein bisschen büscheligen büscheligen arbeiten das schaut schon mal gut aus und wir können hier noch ein bisschen büschelige Büsche müssen wir aufpassen mit dem Fenster deswegen machen wir hier lieber ein bisschen was kleineres rein so das schaut gut aus und vielleicht links und rechts ein bisschen einen Farbakzent setzen das schaut schon mal gut aus hier ne das machen wir nicht das machen wir nicht aber wir können hier mit den Büschen arbeiten das ist ein bisschen ja das ist halt mächtig zugewachsen mächtigst zugewachsen so ich baue das schon mal dann gucken wir mal uns an ob das was bringt ja das bringt was ich finde das bringt was so und dann und allgemeine Dekoration warte mal das ist ja jeder der üppige der üppige Garten hmm können wir da irgendwas nutzen führen lass mal gucken was bist du eigentlich Spalier das Spalierchen ist ja nur die Frage wohin mit dem Spalier ne weil hier muss ich übrigens noch aufmachen was ist wenn man das hier so reinsetzt so links und rechts schaut das aus so ich will nur mal gucken ich will nur mal gucken ach kann ich nicht ich brauche noch eine und ein Becken oh jetzt geht das wieder los dass sie dir wieder vorschreiben was du machen sollst das ist doch ne ich kann doch nicht so ein Becken hier hinsetzen das ist eine arme Arbeiter-Siedlung hallo muss ich jetzt echt das Becken da irgendwo platzieren kann doch hier wahr sein oder ach komm Kinder das ist doch vollkommen übertrieben für die Gegend hier das ist doch voll warum baut mir das hier keiner ach das ist doch Quatsch kann ich das nicht irgendwo in einem Haus drin bauen oder meckern die dann hm doch ich brauche noch eine Pflanze Pflaumenbusch Königsbalsam Pflaumenbusch machen wir irgendwo noch einen Pflaumenbusch hin hier komm hier so einen kleinen Pflaumenbusch so jetzt kann ich bauen jetzt bin ich mal gespannt jetzt bin ich echt mal oh oh das nächste Problem das nächste Problem wo setzen wir die hin wo können wir die denn hin platzieren warte mal passt die hier hin oder ist das wieder zu weit das ist so weit dann machen wir das halt hier hin so wir können uns hier wunderbar hinstellen so zack zack bauen das geht also das müsste das müsste ja locker gehen so überschüssiges Baumaterial ist das schön was will der hier Eisenerz Wie schaut es da aus? Ja. Kann er haben. Der Bischof. Der Bischof. Kann er haben. Das kann er haben, der Bischof. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich bin echt mal gespannt, ob die das in dem Haus bauen. Das wäre der Oberknaller. Weil ich finde, ich finde... Ich kann da nicht einen üppigen Brunnen hinpacken. Ist ja vollkommen daneben. Nee, 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 nee. So einen Quatsch machen wir nicht. So einen Quatsch machen wir da nicht hin. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Aber das gefällt mir ganz gut. Hier mit der kleinen Wohnsiedlung. Die können wir doch schon schön ein bisschen aufpimpen. Das schaut eigentlich auch gar nicht so schlecht aus. Hat was. Das hat was. Man könnte auch hergehen. Warte mal. Wie ich das hier wegmache und das hier wegmache. Und dann das hier wegmache und das hier wegmache. Warte mal, müssen wir das nochmal abreißen, weil es nicht sauber gesetzt ist. Das ist nicht sauber gesetzt. Warte mal. Kann ich das überhaupt schon? Nee. Kann ich nicht. Doch, kann ich. Dann packen wir nämlich den hier wieder weg. Abreißen. Und wir werden hier nochmal mit dem Spalier arbeiten. Aber diesmal ein bisschen schlauer. So. Da ist mir ruhig noch ein bisschen Platz links, rechts. Und dann haut er da rum. Ach, der haut den Busch. Alles klar. Macht Sinn. Das macht Sinn. Ach, warte mal. Ich muss ja hier wieder einschalten, ne? So. Und dann können wir das doch hier ganz nett rumrödeln. So. Hier dann. Ach, drehen geht jetzt nicht, oder was? Hallo? Ähm. Warum hast du dich jetzt nicht drehen lassen? Ich kann es nicht drehen. Ach, Gatschspiel. Manchmal, ne? Nee. Kann ich nicht drehen. Hier auch nicht. Ihr seht zwar, dass der blaue Kasten sich dreht. Aber ansonsten dreht sie nichts. Ja. Dann ist das halt so. Dann ist das halt so. Tch. Tch. Wieder volltüppisch. Volltüppisch, ey. Ich bin mal gespannt, ob das klappt. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Aber gut, ne? Man weiß ja nie, ne? Man weiß es nicht. So, dann gucken wir mal hier. Das haben wir. So, pass mal auf. Leib eigener ist. Ne, warte mal. Moment. Moment. Bürger. Da guck hin. Der feine Herr Bürger. Okay, ich brauche also einen Arbeitslosen, den wir dann zum Bürgerhoch drödeln. Habe ich keine Arbeitslosen mehr? Ich habe keine Arbeitslosen mehr. Einwandern. Wandert mir ein. So, wandert mir doch bitteschön ein. Um Himmels Willen. Das ist ja wieder doof. Das ist doch wieder doof. Dann nehmen wir mal eine andere Farbe oder was? Ne, komm. Bleiben wir lieber bei dem Einheitsding. Ist ja schließlich eine Reihenhaussiedlung. Wir haben bloß noch die Gräber. Äh, die Gräber. Die Webergrills. Mein Gott. Manchmal, ey. So, hier. Weg. Zack. So, schauen die doch gleich viel schöner aus. Da schauen die doch gleich viel schöner aus. Und das ist nämlich der letzte Schrei. Ah. So. Ah. So. So. Und dann komme ich da irgendwie. Komme ich da? Ja. Komme ich. Komme ich. Ah. Das schaut doch schick aus. Das schaut doch schick aus. Das schaut gut aus. Aber hier. Das schaut nicht gut aus. Ich kann das auch nicht anklickern. Was schlecht ist. Warte mal. Wenn ich was anderes anklickere. Warte mal. Kann ich es dann anklickern? Ähm. Ja, kann ich. Ja, kann ich. Aber. Sie werden es mir nicht hinbauen. Solange ich da nicht irgendwas vernünftiges mache, ne? Ah. Kann ich da raus ein Haus ohne Funktion machen? Hier sowas. Okay. Wieder abreißen. Okay. Okay. Ich kann aber auch nichts bauen, ne? Hm. Ich muss das anders machen. Ich muss mir da was anderes überlegen. Aber was? Aber was? Aber ich glaube, ich weiß was. Lass mal gucken. Lass mal gucken. Ich kann doch hier eigentlich noch so ein Ding hier rein. Hämmern, oder? Ja, guck mal. Das geht. Das würde gehen. Das schaut aber nicht so aus, wie ich das will. Das schaut nicht so aus, wie ich das will. Aber warte mal. Ich habe ja noch eine Idee im Kopf. Das ginge vielleicht. Das müsste doch gehen. Wenn du mal hier her kommst, bitte. Und dann nehmen wir runder Stein. Und dann nehmen wir die Modulamenblöcke. Weil da kann ich auch was Rundes hinzauern. Das müsste doch funktionieren. und das funktioniert ganz ohne, dass der Bau herkommt so, jetzt muss ich einigermaßen die Mitte erwischen dann gehen wir mal hier so ein bisschen hoch das ist schon groß das ist schon groß nee, aber das ist halt groß na ich weiß nicht, ob das was jude das ist, ich glaube ich gehe noch ein Stück runter nee, warte mal so jetzt und dann dann hier, hallo, wo bist du so so das müsste passen, ist halt eine kleine Stufe drin, aber hey so und wenn ich das dann noch schön verkleiden tu hallo dann schaut das schon ganz nett aus komm, das machen wir das machen wir jawoll passt doch dann schwebt das nicht mehr in der Luft und schaut doch ganz nett aus das können wir nehmen so und jetzt muss ich das dann noch hübsch machen indem wir uns quasi hier das schnappen sagen, er soll bitte weiter gehen bis hier hin so und dann von hier auch nach da und dann da so jetzt jetzt passt das und dann kann man ja noch sagen hier wohnt eine überaus dekorative Karin äh nee, Quatsch müssen wir ja das hinnehmen fehlende Ressource Skulptur ja, ich weiß ich brauche erst einen Burger aus schwer verpennt hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs das passt einen machen wir gleich zum Burger wie nehmen wir denn Falcone da hier Michelangelo also so ähnlich Lucio ne den machen wir mal zum Bürgerchen so das passt dann huschen wir mal hier rüber huscheljusch und stellen ihn quasi ein so jetzt dann kann er da loslegen so das passt doch dann gut was ich hier noch machen wollte na da haben wir die Deko Queen wohnen wir packen uns hier den da dran oh jetzt hoffe ich mal dass das einigermaßen passt das müssen wir ohne machen das müssen wir ohne machen so 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 geht das ja Podouts ist aber groß naja gut ist halt der Obermufti von der Weber Grill Siedlung so machen wir das so machen wir das was haben wir hier für eine Runde Münzenüberschuss das ist schön so gucken wir uns das mal an berühmten Baumeister haben wir geschafft ein berühmter Baumeister schwer da fehlt uns erreicht ein Ansehen von 50 bei jedem Stand ok viel geschlagen kann ich mit Leben schließt die Spur des Königs Militärmissionen erfolgreich ab schließt die Spur des Königs Militärmissionen erfolgreich ab verkauft mindestens 100 Schwerter an Handelsrouten innerhalb von 30 Tagen aktuell 0 dem Klerus gewidmet verkaufen wir keine Schwerter hallo wir verkaufen doch Schwerter kann mir doch keiner erzählen nö verkaufen wir nicht will die überhaupt irgendjemand haben will die überhaupt ja für 24 das ist fein wie viele Schwerter haben wir denn 200 ja so würde ich sagen können wir locker easy peasy verkaufen ähm machen wir alles oberhalb der Stückzahl verkaufen und wir werden alles oberhalb von 100 Stück anbieten ja so machen wir das so so nochmal drei das ist fein eins zwei und drei sehr schön sehr sehr schön gut ging das dann würde ich es auch guck mal schaut schon schön aus ne schaut schon schön aus achso er ist noch nicht fertig okay dann bin ich beruhigt ich dachte hier so nur ein halber Bogen ist natürlich ach und dann schrumpft das Ding naja naja gut ne aber ist auch schön die Weber Grill Siedlung sehr schön sehr 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 schön gut Kinders dann würde ich sagen an der Stelle wünsche ich euch noch einen wunderschönen restlichen Samstagabend wir sehen uns dann am Sonntag wieder mit einer Foundation Folge die euch dann wieder ganz gemütlich in Richtung Montag schiebt ne ich würde mir über den Daumen freuen ich würde mir mal ein Abo freuen das wisst ihr ja ne also habt noch einen schönen Abend bis dahin ich wünsche euch was Tschüss 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 tschüss